Hallo, herzlich willkommen bei Lasse Schillern. Ich freue mich total, dass Du da bist. Ich bin Verena Meyer-Kolbinger, ich bin Kreativitätscoaching, ich bin Künstlerin und ein kreativer Mensch, so wie Du. Und in meinem Podcast Lasse Schillern, Kreativität leben, möchte ich mit Dir alles teilen, rund um unsere Sehnsucht, etwas zu erschaffen. Und ja, in der heutigen Folge, da möchte ich ein Thema aufgreifen, welches gerade bei mir im 1 zu 1 Coaching mit einer Klientin unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, dass dieses Thema ganz, ganz viele betrifft. Was heißt, ich glaube, ich weiß es aus Erfahrung, nämlich das Thema Hobby oder Profi. Ich möchte mit Dir in dieser Podcast-Folge eintauchen in die Definition, was ist denn Hobby? Was ist Profi? Warum wollen so viele Menschen immer alles professionalisieren? Warum ist das so wertvoll? Und ich möchte ein Loblied singen auf die Freiheit des Hobbys. Und natürlich habe ich auch ein paar kleine Kniffs und ja, so Mindchiffs mit dabei, die Dir vielleicht auch helfen, Deine Leidenschaft wieder freier zu sehen. Hast Du Lust? Dann lass uns loslegen! Gerade wenn Menschen zu mir ins 1 zu 1 Coaching kommen, dann geht es häufig darum, ihre Kunst, ihre Leidenschaft, das Schreiben, das Coachen zu professionalisieren. Auf dem Weg, den ich dann in den drei Monaten mit den Menschen gehe, kommt ganz oft heraus, ich will das eigentlich gar nicht so professionalisieren, sondern ich will es in Anführungsstrichen nur leben. Und damit ist das Coaching bei mir nicht hinfällig. Nein, überhaupt nicht. Denn das ist dann wirklich implementierte, also ins Leben gebrachte, kreative Selbstverwirklichung. Wie kann ich das, was mir so wichtig ist, in mein Leben integrieren, es leben, es wahr machen, vielleicht sogar damit auch noch Geld verdienen oder sehr viel Geld verdienen oder sehr erfolgreich sein oder sehr, sehr glücklich sein. Und da geht es dann ganz häufig um diese Frage, hey, will ich ein Profi sein oder will ich ein Amateur sein? Möchte ich es aus Leidenschaft, als Hobby machen, voller Hingabe, ohne Ziel? Und das ist das, was ich heute mit Dir genauer beleuchten möchte. Warum fühlen wir uns so oft gedrängt, alles zu professionalisieren? Was können wir denn gewinnen, wenn wir uns für ein Hobby entscheiden, für Leidenschaft, für Hingabe? Ganz, ganz, ganz viel. Und jetzt lass uns mal, lass uns mal ganz an den Anfang gehen. Sowohl in meinem Coaching als auch im Kurs schenk Deiner inneren Künstlerin einen sicheren Raum. Lass ich meine Teilnehmer immer erst mal in den Traum gehen, in die Vision gehen, in dieses Bild, was wir uns erhoffen, ersehnen, erwünschen. Weil da drin so viel Kraft liegt. Das ist das, was wir in die Welt bringen wollen. Vielleicht in Schattierung. Die Schattierung finden wir heraus. Aber in erster Linie, was ist das? Und ich möchte Dich jetzt mal einladen, Dir vorzustellen, dass Du an einem für Dich wunderbar empfundenen Lieblingsplatz sitzt. Vielleicht im Garten, vielleicht irgendwo am Meer, vielleicht in Deinem Haus irgendwo, vielleicht aber auch ganz gemütlich in Deiner Küche. Für mich war es mit Mitte 20, war für mich dieser Lieblingsplatz der imaginäre, die imaginären Stufen, die in so einen Innenhof geführt haben. Und ich wusste ganz genau, diese Stufen, die sind die Stufen, die aus einem Büro, aus einem Atelier raus in diesen Innenhof führen. Dieser Platz, das war mein Lieblingsplatz, an dem ich mich immer gesehen habe, diese Freiheit gesehen habe, diese Ruhe. Also das muss jetzt gar nicht explizit mit Deiner Leidenschaft, mit Deiner Kunst, mit Deinem Schreiben, mit Deinem Coaching zu tun haben. Überleg Dir mal diesen Lieblingsplatz. Und jetzt sitzt Du dort und Du malst zum Beispiel einfach drauf los. Du malst in einer unglaublichen Ruhe. Du designst in einer Ruhe. Du illustrierst in einer Ruhe. Du schreibst. Du konzipierst. Du unterhältst Dich mit Menschen. Du tust das ganz frei. Da ist kein Druck. Da ist keine Deadline. Da sind keine Anforderungen. Da bist einfach nur Du und Deine Leidenschaft. Diese Freiheit und Leichtigkeit, das ist das, was viele von uns mit ihrer Leidenschaft verbinden. Und das ist für mich auch die Leidenschaft des Hobbys. Denn Hobby ist für mich ganz nah mit der träumerischen Leichtigkeit und Unschuld von unserem kindlichen, kreativen Sein verbunden. Lass uns mal hier tiefer reingehen. Lass uns mal definieren, was ist denn überhaupt genau Hobby und Beruf? Hobby ist eine Tätigkeit, die wir in unserer Freizeit machen, um Spaß zu haben, um uns zu entspannen, wenn wir Zeit haben, wenn wir nicht müssen, wenn wir nicht unserem Alltag nachgehen. Ein Hobby haben wir zu unserem reinen Vergnügen. Es ist nicht darauf ausgerichtet, irgendwelche Ziele zu erreichen, Geld zu verdienen oder finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen. Ein gutes Beispiel ist vielleicht, oder damit können wir das schön vergleichen, Hobby und Beruf, ist, wenn ich am Wochenende gerne laufen gehe, joggen gehe oder Radfahren. Ich genieße das oder diejenige Person genießt das. Sie trainiert regelmäßig, vielleicht sogar, weil sie einen Marathon laufen möchte, diese Person. Oder ein Radrennen fahren möchte. Aber da ist kein äußerer Druck dahinter. Sie, die Person, hat sich das vorgenommen, weil sie ein Ziel, eine Vision hat. Es geht nicht darum, dass diese Person läuft oder Fahrrad fährt, weil sie bestimmte Zeiten erreichen muss, bestimmte Geschwindigkeiten erreichen muss oder weil sie Sponsoren zufriedenstellen muss, sondern sie läuft, weil sie sich das erträumt hat, vorgestellt hat. Wie cool muss es sein, diesen Marathon zu laufen, das zu schaffen. Dagegen jetzt ein Profi, der verdient seinen Lebensunterhalt mit der jeweiligen Tätigkeit. Diese Person, die hat einen gewissen finanziellen Druck. Da sind Erwartungen dahinter, da sind Deadlines dahinter. Da ist ein Publikum oder Kunden, die auf Arbeit warten, die zufriedengestellt werden müssen, die eine gewisse Erwartung daran haben, weil sie schon andere Arbeiten gesehen haben in diese Richtung und sich auch erhoffen, auch so eine Arbeit bei sich zu haben. Und wenn wir jetzt da auch wieder an dieses Bild gerade mit dem Marathonläufer beziehungsweise der Person, die Marathon läuft oder Fahrrad fährt, denken, dann ist diese Person eine professionelle Marathonläuferin oder Läufer, wenn sich alles um dieses Marathon dreht, um dieses Laufen dreht. Es dreht sich alles um das Training, um Wettkämpfe. Es dreht sich alles um die Suche nach Sponsoren. Es dreht sich alles um die Bestätigung, hey, ich mache das mit so viel Präzision, dass es sich lohnt, in mich zu investieren. Ich mache jeden Lauf, jedes Rennen, um ein Portfolio zu haben, um meinen potenziellen Sponsoren zu beweisen, hey, guck mal, du setzt mit mir in Anführungsstrichen aufs richtige Pferd. Der Erfolg hängt direkt von der Leistung ab, von der Leistung, die erbracht wird. Und diese Profiperson, die trägt Verantwortung, Verantwortung für das tägliche Arbeiten am Körper, an der Ausdauer, an der Steigerung. Sie trägt Verantwortung für die finanzielle Stabilität, die diese Person durch ihren Sport sichert. Und genauso ist es mit einem Profikünstler. Ein Profikünstler hat seine eigenen Interessen im Blick, aber muss eben auch ganz viele Interessen zusätzlich bedienen. Während der Hobbykünstler, die Amateurkünstlerin sich der Kunst widmen kann, durch und durch. Ich weiß, es gibt auch Künstler, die diesen Druck, den finanziellen Druck ausweichen. Aber das ist nie die ganze Wahrheit. Denn sie brauchen trotzdem ihren finanziellen Unterhalt. Und dann geht es eben in dem Fall um Fördergelder, um Ausschreibungen, um Wettbewerbe. Auch das ist ein Druck. Warum empfinden wir denn so oft Hobby als minderwertig? Und ich habe mich echt gefragt, in Vorbereitung von diesem Podcast, ist es meine eigene Baustelle? Finde ich Hobby, empfinde ich das als minderwertig? Aber es ist tatsächlich so, wenn ich meine Klienten oder Menschen, mit denen ich arbeite, interviewe und befrage, das Hobby wird automatisch, ganz oft in der Hierarchie unter den Profi ein, wie soll man sagen, einkategorisiert. Und das liegt daran, dass in unserer Gesellschaft eine starke Tendenz in die Richtung Erfolg und finanzieller Wachstum oder finanzieller Gewinn verbunden oder eine Tendenz existiert. Existiert, so sagt man. Wir leben in einer Kultur, die die Produktivität und die Professionalität über alles andere stellt. Hobbys sind Zeitverschwendung, ich will es nicht sagen, aber sind Zeitvertreibe, etwas, was ich neben der Produktivität mache. Weil sie eben nicht, ich habe jetzt gerade mit dem Wort Zeitverschwendung so ein bisschen gestruggelt, aber ich möchte es wirklich mal so krass sagen, Zeitverschwendung, weil sie nicht direkt zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Und genau dieser Druck kann dazu führen, dass wir unsere Leidenschaft nicht einfach genießen, sondern das Gefühl haben, sie müsste einen wirtschaftlichen Nutzen mitbringen, um wertvoll zu sein. Ich bringe an der Stelle immer wieder gerne das Thema Musik, Sport, Kunst ist in der Schule nicht mit einem so großen Augenmerk versehen, wie es die Hauptfächer Deutsch und Mathematik sind. Es ist häufig das Nice-to-have, weil es einfach uns gut tut. Das ist etwas, was wir nebenher machen können. Und ich frage mich dann immer, warum können wir denn nicht einfach, jetzt, wenn wir nicht mehr in der Schule sind, warum können wir nicht einfach kreativ sein, ohne daraus gleich einen Beruf machen zu wollen, eine Selbstständigkeit zu gründen? Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, dass es vollkommen in Ordnung ist, vielleicht sogar das Erstrebenswerteste von allem und das Wichtigste von allen, sich bewusst für die Kunst und die Leidenschaft als Hobby zu entscheiden. Ich habe gerade kurz angesprochen gehabt, dass ein Punkt, weshalb irgendwann häufig die Hobbykunst, ich bleibe jetzt einmal beim Thema Hobbykunst, das gilt aber genauso für das Schreiben, es gilt fürs Zeichnen, Musizieren, für Tanzen, alles, für jede Form von Passion. Es ist häufig so, dass wir sehr viel Zeit und auch Geld in Equipment investieren und dann eine, ich sage mal, so eine Art Zwang entsteht, diese Leidenschaft zu professionalisieren, um das zu rechtfertigen, warum wir so viel ausgegeben haben. Und das ist ein Druck, der dann entsteht, ein Druck, professioneller zu werden. Und der kann die Freude trüben. Und viele von uns glauben, dass unsere Kunst nur dann wertvoll ist, wenn wir mit ihr am Ende Geld verdienen, wenn wir ständig Ausstellungen machen, wenn wir, wenn das, was wir machen, gebraucht wird, in Anführungsstrichen. Aber das ist ein Trugschluss. Kunst, unsere Leidenschaft, kann auch ohne monetären, finanziellen Wert unglaublich bereichernd sein, weil es nur für dich ist. Und sie hilft dir, dich besser zu verstehen. Sie hilft dir, Stress abzubauen. Sie hilft dir, neue Perspektiven zu gewinnen und einen Sinn im Leben. Lass uns mal zum Profikünstler hinschauen. Und ich kenne so viele von meinen Kollegen, die sagen, hey, ich habe ein ganzes halbes Jahr nicht mehr das gemalt, was mir wichtig war. Ich war beschäftigt, noch mit Kunstkursen zu geben. Ich habe für Ausstellungen gearbeitet, aber ich habe nicht meine Kunst gemacht. Denn in dem Moment, wenn wir das Hobby professionalisieren, dann sind da plötzlich eben, wie gesagt, monetäre Verpflichtungen. Da sind Deadlines. Da ist Marketing, um das man sich kümmern muss. Da sind Menschen, zu denen man Verbindungen aufbauen muss. Da sind so viele Rahmenbedingungen, die uns einschränken. Am Ende bleibt weniger Zeit für das eigentliche Kreative Erschaffen, für das, weshalb wir losgegangen sind. Für die Kunst, für diesen Traum. Der Druck, finanziell erfolgreich zu sein, der kann uns die Freude auch nehmen, die Freude an der Kunst mindern und kann sogar zur Erschöpfung und Burnout führen. Verlust von Sinnhaftigkeit. Und es ist eigentlich ganz egal, ob Hobbykünstler oder Profikünstler. Beide haben eins gemeinsam und die schert sich, diese Gemeinsamkeit, die schert sich null, ob es sich um ein Hobby oder ein Profi fällt, handelt. Und das ist die Leidenschaft. Die Leidenschaft für die Kunst. Sie bleibt das zentrale Element. Darum dreht sich alles. dieser Traum, diese Erfüllung, dieses Aufgehen und das Ausdrücken unseres Selbst. Sie ist das, was uns wirklich antreibt. Und dazwischen gibt es so viele Grautöne. Grautöne zwischen Hobby und Profi. Beide Wege sind absolut wertvoll. Du musst nicht alles professionalisieren, um deine Kunst bedeutungsvoll zu machen. Manchmal ist es gerade die Freiheit des Hobbys, die Freiheit des Losgelösten, was uns die größte Freude in Erfüllung bringt. Und wir können immer noch, wir können an den Wochenenden, an unseren Art Journals arbeiten, an unseren Collagen arbeiten und paar Mal im Jahr auf Kunstmärkte, Designmärkte gehen und voll eintauchen in diese Freude. Wir müssen nicht ständig an diesen Collagen arbeiten und im Sommer jedes Wochenende auf Kunstmärkte gehen, um genügend Umsatz zu machen. Leidenschaft, Leidenschaft ist das Bindeglied. Und die schert sich, wie gesagt, nicht darum, ob es um ein Hobby sich dreht oder um eine Profession. Ich möchte dir dennoch ein paar Gedanken mitgeben, mit denen du genauer beobachten kannst. Was dich dazu antreibt, aus deiner Leidenschaft eine Profession zu machen oder warum du als Hobbykünstler diesem Hobby mehr Raum geben darfst und ganz gezielt für dieses Hobby dein Brotjob machst, damit du dann in deiner Freizeit frei sein kannst und damit deine persönliche Selbstverwirklichung leben kannst. Und zwar ist der erste Gedanke, den ich dir hier jetzt gerne mitgeben möchte, dich zu fragen, warum möchtest du das professionalisieren? Was sind die Gründe da dafür? Und um an solche Fragen ranzukommen, empfehle ich, eine Mindmap zu machen, mal sich hinzusetzen und einfach Gedanken nacheinander vogelwild aufzuschreiben, irgendwo hin immer zu platzieren, wo es gerade auf dem Blatt hin soll. Aber was sind alles die Gedanken? Warum möchte ich das professionalisieren? um mehr Zeit mit meiner Kunst zu verbringen, um anerkannt zu werden, um hier am Ende im Wikipedia-Eintrag meines Lebens zu lesen, dass ich Künstlerin war? Was sind das? Schäm dich vor nichts. Niemand anderes kann das lesen, nur du. Aber mach dir bewusst, warum möchtest du gerne professionalisieren? Ein weiterer Gedanke, der häufig hinter der Sehnsucht der Professionalisierung von einem Hobby steht, ist die Sehnsucht nach Struktur. Denn häufig ist die Hoffnung, wenn ich meine Kunst hier professionalisiere, dann ist das mein Tagesablauf. Dann bin ich gezwungen, mehr zu malen. Dann beschäftige ich mich intensiver damit. Und das ist kein guter Ratgeber, um eine Leidenschaft in einen Beruf zu wandeln, in eine Profession. Denn du kannst dir so viel einfacher eine Struktur schenken. Das heißt, mach dir bewusst, okay, wo habe ich Zeitfenster, in denen ich mich meiner Malerei, meinem Schreiben, meinem Konzipieren, meinem Musizieren, was auch immer deine Leidenschaft ist, widmen kann. Und was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen? Was möchte ich für mich erreichen? Wovon träume ich? Was ist mein Wachstumsplan? Und den kannst du dir machen. Dazu brauchst du keine Selbstständigkeit für starten. Der dritte Hinweis, den ich dir geben möchte, ist, setze ein klares Zeichen. Ein klares Zeichen für dich selbst, aber auch für deine Umgebung, für deine Familie. Dein Hobby, deine Leidenschaft ist kein nice to have, was du machst, wenn nichts anderes überbleibt, sondern es ist das, was dich glücklich macht. Was dich glücklich macht, genauso wie die Zeit mit deinen Kindern, mit deinen Liebsten, deinen Freunden. Dein Hobby, deine Leidenschaft ist wichtig für deine Gesundheit, für deine Ausgeglichenheit und für deine persönliche Entwicklung. Nimm es ernst. Und aus Erfahrung sage ich hier, das beginnt immer bei dir selbst. Ich weiß, es wird oft gesagt, ich habe keine Zeit, mein Beruf nimmt so viel Raum ein, meine Kinder, die lassen mich ja nie alleine, ich habe auch keinen Raum und so weiter und so fort. Nein, 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 sei klar, sei klar, dir gegen, dir selbst gegenüber. Da fängt es nämlich an. Wenn du einen freien Mittag hast, um dich deiner Kreativität zu widmen, deiner Leidenschaft, dann bleibt der Rechner aus, dann wird nicht aufs Telefon geschaut, dann bist du so fokussiert, wie du es bei der Arbeit auch bist. Deine Kinder, die dürfen das respektieren lernen, dass du jetzt nicht weißt, wo die rote Hose ist und ob das gelbe Shirt gebügelt ist oder was auch immer. Jetzt ist deine Zeit. Setz ein Zeichen, ein Zeichen für deine Leidenschaft und damit nimmst du dein Hobby genauso ernst, wie wenn du dich für eine Professionalisierung entscheidest. Denn am Ende geht es darum, dass wir unsere Leidenschaft leben. Unsere Leidenschaft leben und in ihr Erfüllung finden. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt keine richtige oder falsche Art, besser gesagt. Kunst zu leben, ein kreatives Leben zu führen. Ganz gleich, ob es Hobby oder Beruf ist. Beide Wege haben immer ihre eigenen Herausforderungen und auch andere Höhen und Ziele, Erfüllungen, Belohnungen. Wichtig ist, dass du deine Leidenschaft für dich bewahrst und deine persönliche Erfüllung findest. Denn deine Kunst, deine Kunst ist wertvoll. Deine Leidenschaft ist wertvoll. Deine Sehnsucht ist wertvoll. Ganz gleich, ob du es nur für dich alleine machst oder für die Welt da draußen, in dem du deine Kunst verkaufst. es geht um deine Leidenschaft. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Zum Ende von dieser Podcast Folge und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir das Thema Hobby und Profi ein wenig erkundet hast. Ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit. Lasse schillern. Lebe deine Kreativität. Alles Liebe. Deine Verena